Hallo und herzlich willkommen zum Start der allerersten Identity-Talk-Reihe in Heilbronn. Ich bin Roswitha Keicher und leite die Bereiche Teilhabe und Integration bei der Stadt Heilbronn und wir arbeiten eng zusammen mit dem Dachverband Netzwerk der Kulturen in Heilbronn. Ja, und wir haben gemeinsam überlegt, wie kommen wir am besten dahin, dass wir die Vielfalt, die in Heilbronn ist, zeigen. Denn Heilbronn ist extrem vielfältig. Viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, Religionen, Berufe, Altersgruppen, Inklusion etc. Und wir haben überlegt, wir möchten eigentlich diese Menschen sichtbar machen. Wir möchten zeigen, wie sie geprägt worden sind, welche Identitäten sie prägen insgesamt und dass es eben nicht nur eine Identität gibt. Das heißt, raus aus den Schubladen und einfach mal zuhören, miteinander ins Gespräch kommen und voneinander mehr lernen. Das war das Ziel unserer Reihe oder wird das Ziel unserer Reihe sein. Und wir starten heute mit dem allerersten Identity Talk zum Thema Vorbilder, Influencer, aber auch Kultur und Musik im zweiten Teil. Denn diese Reihe ist zweiteilig aufgebaut. Ich freue mich ganz arg, mit euch auch in Kontakt zu kommen, denn es ist auch die Möglichkeit, über Chat hier dabei zu sein. Und begrüße ganz herzlich Herrn Salman-Tiab, Moderator und Fernsehjournalist, der durch das heutige Identity Talk Format führt. Viel Spaß! Danke, Frau Seicher. Herzlich willkommen hier im Saal. Und die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause auch Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Gleich zu Anfang möchte ich, dass Sie zu Hause, aber gerne auch hier im Raum, sich eine Frage beantworten. Eine Frage, die essentiell ist, so einfach ist, aber wir selten uns Zeit für diese nehmen. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Vielleicht gehen Sie alle mal inne und denken über die Frage nach. Denn wer bist du oder wer bin ich, ist eigentlich eine sehr einfache Frage, die uns aber manchmal ein Leben lang begleitet. Die Frage nach der ganz persönlichen Identität. Bin ich ein Mann, eine Frau, ein anderes Geschlecht? Bin ich hetero oder homosexuell oder sexuell anders orientiert? Bin ich Deutscher, Heilbronner oder Europäer? Christ, Jude, Muslim, Atheist? Fiebere ich für den FC Bayern oder den VfB Stuttgart? Welche Musik höre ich eigentlich gerne? Und was sagt all das über mich aus? Sie merken schon jetzt, welche Dimension das annehmen kann. Wir möchten natürlich versuchen, verschiedene Aspekte der Identität heute zu beleuchten, mit ganz sehr, sehr vielen spannenden Gästen darüber zu sprechen, wie Sie Ihre Reise dieser Identität gemacht haben. Möglicherweise sind Sie noch auf der Reise. Und das Thema lautet ja auch Identität im Wandel. Was uns prägt und welchen Einfluss Vorbilder haben? Mit ein paar Vorbildern werden wir gleich hier zu Anfang sprechen. Mich interessiert natürlich, was zeichnet Sie aus? Aber zuerst einmal möchten wir die Frage klären, was ist Identität eigentlich? Was ist Identität? Identität beschreibt im kulturwissenschaftlichen Kontext die Individualität und Persönlichkeit des Menschen im sozialen Raum. Die Bildung der Identität findet durch ein stetiges Wechselspiel der Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung statt. Wesentlicher Bestandteil dieses Prozesses ist die Abgrenzung und Unterscheidung, aber auch das Dazugehören. Die Person identifiziert sich mit einem Objekt, einer Person, einer Gruppe oder einer Kultur, entscheidet sich, Besonderheiten anzunehmen und gleichzeitig eigene persönliche Merkmale auszubilden. Deshalb entwickelt ein Mensch seine persönliche Identität erst im Laufe seines Lebens, beginnend mit der Abgrenzung des Ichs von den Eltern. Die Identitätsbildung ist ein dynamisches Verfahren, das bewusst und unbewusst, selbst- oder fremdbestimmt stattfinden kann und ein Gedächtnis voraussetzt. Denn ohne Erinnerung gibt es keine Selbsterkenntnis. Wichtig ist, dass nur ein Körper als Ganzes eine Identität erlangen kann, da die Abgrenzung und Zugehörigkeit verfahren sind, die auf vollständigen Einheiten beruhen. Dabei können sich die Einheiten in kleineren Teilen ändern, ohne dabei ihre Identität zu verlieren. Käthe bleibt Käthe, auch wenn ihr ein Arm fehlt. Ja, vielen Dank zunächst einmal an die Uni Tübingen, die uns diesen Beitrag zur Verfügung gestellt hat. Normalerweise ist das der Zeitpunkt, wo der Moderator des Abends die Menschen vorstellt. Aber weil wir heute über Identität sprechen, würde ich gerne wünschen, dass Sie doch mal diese Frage beantworten. Wer bin ich? Wie würdet ihr euch vorstellen? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier heute dabei sein darf. Soll ich jetzt beantworten, wie ich die Identität sehe? Weil wenn ich Sie vorstellen würde, würde ich sagen, das ist Luca, ist ein Influencer, ist ein YouTuber. Aber das ist ja die Sicht von außen. Aber wer sind Sie? Okay, also erstmal, ich bin Luca. Das ist so das erste Mal, dass ich so live zu mehreren Leuten hier bin. Aber ja, ich bin Luca. Wenn ich mich in drei Worten beschreiben würde, dann würde ich sagen, ich bin dankbar für das, was ich habe, wo ich heute stehe. Und ich bin... Gar nicht so einfach, oder, diese Frage zu beantworten? So spontan ist es echt gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich bin fokussiert und ehrgeizig. So, das wären jetzt drei Worte, wie ich mich so erstmal beschreiben würde, auch spontan. Frau Brüggemann, was würden Sie sagen? Ja, ich würde sagen, also bevor Sie das schon gesagt haben, ich bin eine Frau. Dann bin ich ein gläubiger Mensch, quasi ein Gott. Ich bin ein christlicher Mensch. Und was meine Identität seit Jahrzehnten prägt, ist einfach meine Zugehörigkeit zu einer Ordensgemeinschaft. Ich bin eine Ordensfrau. Und was mich, glaube ich, auch speziell ausmacht, das ist mein Interesse an Menschen. Und auch, ja, ich glaube, ich habe schon auch so eine soziale Komponente in mir. Herr Dünder, was würden Sie sagen? Das Interessante ist, dass mein Buchtitel, das am 25. März erscheint, auch den Titel hat, eine Reise in dein Ich. Und auf dieser Reise bin ich heute immer noch. Irgendwann habe ich mich von vielen Sachen ausgegrenzt, wo ich gemerkt habe, das bin ich nur, weil ich mich damit identifiziert habe, so wie mit einer Fußballmannschaft, so wie mit einer Stadt, so wie mit einer Automarke. Und umso mehr man das alles hinterfrägt und sich selbst auch hinterfrägt, die Glaubenssätze, Verhaltensmuster, umso mehr geht die Reise in eine sehr Tiefe rein. Da ich seit 13 Jahren auch im Coaching-Bereich bin und mittlerweile sehr viele Therapeuten ausbilde, merke ich halt, dass dieses Ich, das ist so eine Reise, die nie aufhört. Und auf der bin ich immer noch. Ich bin auf jeden Fall jemand, der die Welt verändert. Das Weltbild vieler Menschen verändert und Spuren hinterlässt. Also einer auch, so ein Visionär, der sich vorgenommen hat, so in die Geschichte einzugehen, in Psychologiebüchern drin zu stehen, so Spuren zu hinterlassen, wo dann, wenn ich nicht mehr auf dieser Welt bin, Menschen diesen Spuren folgen. Das bin ich. Und was zeichnet Sie aus, würden Sie sagen? Also diese Frage nach, wer bin ich, haben Sie beantwortet, Visionär, Zukunftsgedacht, was Sie natürlich hinterlassen möchten. Aber wo würden Sie sagen, stehen Sie heute auf der Reise? Ich habe so drei Grundsäulen, wo für mich so Respekt, Toleranz und Liebe. Und mit diesen drei Säulen, da geht man ganz anders durchs Leben. Und das sind so immer in Gesprächen, in allem, auch in dem Bild, das ich selbst im Spiegel sehe, habe ich halt immer wieder dieses, ich bin Respekt, ich bin Toleranz, ich bin Liebe. Wir haben ja eben auch in dem Einspieler gesehen, dass Ausgrenzung oder Anerkennung eine große Rolle dabei spielen, wie wir uns letztendlich entwickeln oder wie wir uns sehen. Frau Brüggemann, erinnern Sie sich an Situationen der Ausgrenzung, wo Sie sagen würden, diese haben Sie nachhaltig geprägt? Ja, diese Situationen, die gab es immer wieder. Also eben seitdem ich Ordensfrau bin auch. Und für mich war das jedes Mal eine neue Auseinandersetzung. Damit stehe ich für das, wovon ich überzeugt bin, zeige ich das auch in der Öffentlichkeit oder eben auch anderen Menschen gegenüber. Aber eben mir war es auch immer wichtig, es auf eine Art und Weise zu zeigen, dass es nicht militant ist, sondern dass es meine Überzeugung ist, meine Art, meine Form zu leben, ohne dass ich den Anspruch habe, die anderen müssten das übernehmen. Sie müssen es auch nicht verstehen, was ich mir aber schon wünsche, weil ich das auch so lebe, dass sie es respektieren. Also das ist für mich so ein Mindestmaß anderem gegenüber, anderen Identitäten gegenüber. Kann man sagen, also immer wenn man Ausgrenzung erfährt, schärft man auch seine eigene Position eigentlich nochmal und schaut, wo steht man selber? Ja, das würde ich so bezeichnen. Man setzt sich wieder neu mit der eigenen Identität auseinander, würde ich sagen. Luca, als du gestartet bist mit deinem YouTube-Kanal, war das ja relativ anonym. Also keiner wusste, dass dieser Kanal von dir, von ihnen stammt. Und plötzlich warst du schon berühmt, bekannt. Was hat das mit den Menschen um dich gemacht? Und was ist da auch passiert, auch in Bezug auf Ausgrenzung? Weil man bekommt sehr, sehr viele Likes, man ist natürlich bekannt und Daumen hoch und so weiter. Aber man bekommt natürlich auch sehr, sehr viele Kommentare, die vielleicht in eine andere Richtung gehen. Erst mal. Genau, also erst mal, ich wollte anonym bleiben. Ich habe damals ein Spiel gespielt, Fortnite heißt es. Das kennen sehr viele Jugendliche, eigentlich jeder. Und ja, ich wollte erst mal anonym bleiben, weil ich, ich weiß nicht, ich hatte einfach Angst davor, sage ich mal. Oder ich weiß, es ist etwas, was ungewohnt ist, dass so viele Menschen, die dir ja zuschauen, sich auf einmal kennen, wissen, wer du bist. Weil man erkennt ja einen Menschen, wenn man ihn sieht, auf der Straße, überall. Und ja, dann war das so, ich habe mir eigentlich eine recht gute Reichweite aufgebaut, anonym. Nur, also ich habe quasi gezockt und das Ganze kommentiert mit meiner Stimme. Ja, und vielleicht, vielleicht nur eine Sache für die älteren Zuschauer zu Hause. Also, was Luca hier erzählt ist, wahrscheinlich kennen Sie das von Ihren Kindern, die spielen irgendwelche Computerspiele. Und mittlerweile sind eben sogenannte Streamer, zeigen, wie sie spielen und kommentieren das. Und damit ist Luca relativ bekannt geworden und das war so die erste, war die erste Zeit. Viele Leute, viele junge Leute schauen dann eben den anderen zu, wie sie spielen. Ja. Und, aber wie bist du mit den Kommentaren umgegangen? Gab es auch Hasskommentare, negative Kommentare, ausgrenzende Kommentare? Genau, also, klar, das gibt es auch. Also, überwiegend sind es keine positive Kommentare, zum Glück. Ja, wenn da mal das eine oder andere Kommentar da ist, was so, was jetzt nicht so toll ist, sage ich mal, ja, dann nimmt man sich es am Anfang schon zu Herzen, sage ich mal, aber irgendwann wird man da dann abgehärtet und man überliest es einfach. Also, ich, ich, für mich persönlich, überlese es dann. Was waren das für Kommentare, wie kann ich mir das vorstellen? Leider sehr selten konstruktive Kritik, sage ich mal. Eher Beleidigungen, wie ich, ich will es jetzt hier nicht sagen, aber unter der Gürtellinie auf jeden Fall. Und, aber meistens waren dann die Kommentare ohne Rechtschreibung. Also, die Wörter waren kommentarisch, glaube ich, ja. Und ich meine, ich erinnere mich, Herr Dünder, als wir uns kennengelernt haben, war Herr Dünder hier, wir waren in diesen Räumlichkeiten, Herr Dünder war relativ aufgeregt und hat gesagt, ich muss auf ein Video reagieren. Genau. Ja, aber was war da und wie erleben Sie auch Ausgrenzung, indem Sie halt auch wirklich medial dann auf Social Media präsent sind? Also, es gibt ja im Netz diese Anonymität, ja. Das heißt, jemand, der macht sich einfach kein Profilbild oder ein Profilbild und kann anonym reagieren auf jemanden. Dann gibt es auch Menschen, die sehen dann zum Beispiel etwas und sehen, was haben andere geschrieben. Wir haben andere darauf reagiert und finden andere, die auch ähnlich wie sie reagieren und es löst eine Lawine aus. Vor allem bei sehr unzufriedenen Menschen. Die lassen da in dem Moment, es ist wie der Dampfkessel, da ist so viel von außen, dieser Dampfkessel kocht und dann kommt dieses Ventil hoch, ja. Und dann lassen sie dann ihren ganzen Frust in dem Moment an dir raus. Sehr unzufriedene, mit sich nicht zufriedene Menschen. So, und dann kommen halt so Menschen, die halt ungebildet, sage ich mal, sind, auch nicht weltoffen sind, wo ich zum Beispiel was erlebt habe, das war unglaublich an dem Tag, ja. Da habe ich ein Reaktionsvideo dann aufgenommen, auf ein Video, das über mich gemacht worden ist. Ich bin selber Moslem. Ich komme aus einer islamischen Familie. Und für mich ist mein Glauben etwas sehr Wertvolles. Und das erdet mich immer sehr. Jetzt gibt es eben auch dort Menschen, die ein anderes Bild von der Religion haben, leider. Und nehmen zum Beispiel so ein Bild, wo arabische Zahlen drauf sind. Und dann nehmen sie ein Video, weil sie dann in Google Seer Ring eingeben zum Beispiel, so ein schwarzer Magiering. Und in Google kann man jedes Bild benennen, wie man will, dann wird es auch gefunden. Also jeden Namen kann man ja geben. Jetzt macht einer ein Video und meint, ich würde mit Hypnose, mit schwarzer Magie arbeiten. Etwas, was im Jahr 2021... Wenn ich Sie richtig verstehe, jemand aus der muslimischen Community... Macht ein Video gegen mich, sozusagen. ...kritisiert sie und sagt, wer möchte sie so in diese schwarze Magie-Ecke schieben und so weiter. Vielleicht sagen Sie ganz kurz, was machen Sie denn eigentlich, damit die Zuschauer das auch verstehen? Also ich hypnotisiere Menschen und helfe ihnen dabei, so wie heute, bevor wir angefangen haben, eine Hundephobie loszuwerden. Ich bilde Therapeuten aus, Ärzte aus, Heilpraktiker, Psychologen aus, im Bereich Hypnose. Und da bin ich mit der größten Reichweite im deutschsprachigen Raum, sind mittlerweile über 720.000 Abonnenten. Da habe ich sehr, sehr viel Zulauf. Und in diesem Zulauf gibt es eben auch Menschen, die keine Ahnung davon haben und das nicht verstehen, was da passiert. So, was passiert im Endeffekt? Sie machen einen Ring, der arbeitet mit schwarzer Magie und so weiter. Und dann wird so ein Video auf TikTok eine Million Mal gesehen. So, und jetzt gibt es Menschen, die kommen mit ihrem Hass. Ja, und dann, ich denke so, hey, Moment, meine Religion ist eine unglaublich friedliche Religion. Ja, eine tolerante Religion. Und jetzt kommen so Menschen mit so einem Hass. Aber das ist halt dann nur eine kleine Gruppe. Aber das Schlimme ist, ganz viele unzufriedene junge Menschen aktuell. Aber meine Frage ist, was macht das mit Ihnen? Was macht das mit Ihnen ganz konkret, wenn Sie jemand so ausgrenzt in dem Moment? Mir zeigt es, dass es Menschen gibt, die einfach hilflos sind. Die keinen Zulauf haben, die Ausgrenzung haben. Verletzen Sie das? In dem Moment, nein. Die Menschen, ganz im Gegenteil, die tun mir leid. Ja, die tun mir leid, was sie für eine Bildung, was für eine Erziehung, ja, was ihnen vorgelebt worden ist. Wohin sie sich, diese verlorenen Menschen, wo sie sich hingezogen fühlen. Ja, und ich mache mir Gedanken, wie kann ich so jemanden abholen? Ja, also ich werfe da keinen Stein zurück. Mein Vater sagte, wenn dir jemand einen Stein wirft, dann werf Brot zurück. Nimm deinen noch größeren Stein, ja, nimm noch größeres Brot. Frau Brüggemann, ich würde Sie gerne fragen, weil Sie ja auch, vielleicht können Sie das auch ganz kurz schildern, in Kitas unterwegs sind, sozial benachteiligte Kinder, dabei helfen, dass sie Anschluss finden. Erleben Sie, dass diese Menschen auch ausgegrenzt werden? Und wie gehen Kinder vor allem auch mit Ausgrenzung um? Was macht das auch mit Kindern? Also ich erlebe das sehr häufig, dass die Kinder ausgegrenzt werden von anderen Kindern, dass sie stigmatisiert werden. Und in der Regel entweder, also da gibt es zwei extreme Bewegungen, die einen Kinder reagieren sehr aggressiv und versuchen ihrerseits wieder auszugrenzen, versuchen sich auch eine Position zu erarbeiten, aus der heraus sie dann sehr viel Macht und Einfluss entwickeln können, oder sie ziehen sich komplett zurück. Aber Kinder verletzt es ungemein, wenn sie ausgegrenzt werden, weil das ist ja ein menschliches Grundbedürfnis, dazuzugehören, mitmachen zu können, mit eingeschlossen zu sein. Und wenn man zu so einem frühen Zeitpunkt da schon etwas völlig anderes erfährt, dann, also ich möchte sagen, das ist eine Traumatisierung fürs Leben. Und deshalb ist es mir auch so ein Anliegen, diese Kinder mit reinzunehmen, also den anderen immer aufs Neue zu zeigen, was diese Kinder gut können oder was sie gut machen. Weil anders geht es nicht. Man kann Kinder nicht davon überzeugen, indem man versucht, irgendwie ideologisch oder moralisch das Ganze anzugehen. Man kann es nur im Tun mit ihnen einüben. Und es geht auch. Ich würde Luca bei Ihnen weitermachen. Es gibt ja auch diese Situation, wo Sie plötzlich erkannt werden. Sie spricht jetzt gerade von Traumata oder Erlebnissen, die sozusagen ein Leben lang prägen. Was ist da passiert, als Sie zum ersten Mal erkannt wurden? War das jetzt ein positiver Zuruf oder was ist da eigentlich passiert? Also ja, überwiegend war es zum Glück positiv. Es gibt aber auch nicht oft sehr selten Situationen, wo Leute, ich weiß nicht, ist es Neid? Ich weiß nicht, Neid oder keine Ahnung, ich kann es selber nicht sagen, wo einfach Leute beleidigend sind. Das war jetzt nicht so oft. Beleidigend sind. Was mir passiert ist, also das Schlimmste, sag ich mal, was jetzt mir passiert ist, war, dass drei Jungs, wir müssen so 18 gewesen sein, denke ich mal, ich war damals 17, haben mich angegangen. Die sind an mir vorbeigelaufen, haben mich beleidigt, sind mich angegangen wegen meiner Person auf YouTube, sage ich jetzt mal. Und ich persönlich weiß, dass ich niemandem irgendwie mit meinem Video schade, ich möchte Leute unterhalten, mache ich auch. Also das macht mir ja grundsätzlich nicht jemanden dumm anmachen oder vor allem nicht körperlich, sage ich mal. Ja, und dann ist halt einer von denen, weiß noch, einer von denen hat mich dann geschuckt, habe ich mich halt gewehrt, ihn zurückgeschuckt, dann kam er halt so auf mich zu und habe ich mich halt gewehrt und die waren halt zu dritt. Einer von denen hat gesagt, ey Jungs, schütt mal ein bisschen, also mach mal ein bisschen langsam. Der andere wollte seinen Kollegen dann helfen und ja, ich meine, ich bin jetzt nicht der Größte, nicht der Stärkste und vor allem alleinigen drei Leute, habe ich halt eine draufbekommen, sage ich mal. Was hat das mit dem Luca gemacht? Wie wirkt das heute noch auf Sie nach, dieses Ereignis? Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir nichts gemacht hat. Klar, dann überlegt man sich vielleicht zweimal, ob man alleine dann nachts durch die Straßen läuft. Aber ich sage mal so, ich habe es gut verarbeitet und ja. Ich würde gerne mal das Thema so ein bisschen wechseln, weil wir haben ja auch im Titel drin, Welche Verantwortung haben Vorbilder? Wir haben mal in der Stadt Heilbronn gefragt, was Influencer sind und ja, was auch die Heilbronner sich von den Influencern wünschen und schauen uns das mal ganz kurz an, bevor wir dann hier sprechen. Wenn du an Influencer denkst, okay, an was musst du dann direkt denken? Leute, die zum Beispiel auf YouTube sehr viele Follower haben oder auf Plattformen wie TikTok oder Instagram. Was denkst du, gehen die mit ihrer Verantwortung richtig um? Es kommt natürlich auf die YouTuber an. Es gibt zum Beispiel Leute wie, man kennt vielleicht Julian Bam. Es war damals ein sehr, sehr bekannter YouTuber. Der war sehr, sehr, ein sehr, sehr guter YouTuber. Es war ein sehr guter Mensch auch an sich und der war sehr, sehr schlau. Dann gibt es natürlich noch so andere Leute wie diese TikToker beispielsweise, die ihre Follower ganz falsch nutzen. Und das ist alles, die sind einfach falsch in der Persönlichkeit. Nutzen kleine Kinder aus für Klicks und lügen sie an und so. Ich fand es halt jetzt zum Beispiel gut, wirklich 99 Prozent der Influencer, gerade wegen diesem Corona, die haben halt eine große Reichweite. Die haben halt extra nochmal wieder mal gepostet, Storys gemacht, wiederum von wegen Maskenpflicht, lasst euch doch impfen oder halte diesen Sicherheitsabstand an. Das fand ich wiederum gut. Es sind wirklich viele, viele, sehr viele geteilt und alles. Sie haben halt ihre Reichweite dazu ausgenutzt. Warum machst du sowas? Warum bleibst du nicht einfach der Mensch, der du bist und zeigst dich, wie du bist? Dafür sollen dich die Leute doch feiern und nicht einen Menschen, der du nicht bist, der du vorgibst zu sein. Wenn ihr das hört, erste Frage an euch beide vielleicht. Seht ihr euch als Vorbilder? Ihr erreicht ein Millionenpublikum? Also ich kann sagen, dass... Also klar, die Vorbildfunktion ist auf jeden Fall da, ob ich das jetzt will oder nicht, sie es darf. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich trotz allem immer gute Werte mitgebe. Am Ende des Tages, sag ich mal. Klar, also mein Kanal ist hauptsächlich auf Enthaltung aufgebaut, dass man lachen kann. Ja, aber trotz allem gehe ich dann ab und zu in die Richtung, als kleines Beispiel, dass ich hier in Halbbrom Obdachlose unterstütze, finanziell und zum Beispiel den Leuten ein Wort gebe vor sehr, 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 sehr vielen Leuten. Und ja, mir ist es auch sehr wichtig, also für mich persönlich, meine, also die Familie, die engsten Leute um einen herum, dass man das schätzt, diese Menschen zu haben, wenn man welche hat. Und ja. Du singst ja auch manchmal, oder es gibt ein Lied, das du über deine Mutter gemacht hast, das auch sehr viele Menschen erreicht hat. Welche Rolle spielt denn Familie oder insbesondere deine Mutter auch in deiner Entwicklung? Genau, also meine Mutter, das kann ich offen sagen, ist die wichtigste Person in meinem ganzen Leben, wird sie auch immer bleiben. Und ja, ich bin einfach dankbar, dass meine Mutter immer für mich da war, mich bei allem, was ich gemacht habe, unterstützt habe. Ich war nicht immer ein sehr einfaches Kind, sage ich mal. Aber trotz allem, ja, meine Mutter ist mir die wichtigste Person auf der Welt und deswegen habe ich mit diesem Song, ich weiß nicht, egal ob meine, also von allen Videos, die ich je gedreht habe, ist dieses Video das Allerwichtigste und dass dieses Video so viele Leute gesehen haben, ich glaube, es sind 5,5 Millionen oder so, keine Ahnung. Ja, das macht mich einfach unheimlich stolz, sage ich mal. Wir schauen uns auch gleich das an, was du sonst machst, wollen darüber auch gleich sprechen, aber Herr Dünder, wie ist es bei Ihnen? Fühlen Sie sich als Vorbild, wenn Sie 700.000 Follower haben? Sehr. Und vor allem bin ich jetzt mittlerweile in einer Reife, auch vom Alter her, wo ich sehr, sehr viel Gedanken darüber mache. Wenn ich ein Video produziere, weiß ich, dass ich mit einem Spaßvideo sehr viele Menschen erreiche, versuche aber hier auch eine Ernsthaftigkeit mit reinzubringen. habe ich dann zum Beispiel ein kostenloses Programm für Kinder, Jugendliche, damit sie in der Schule besser werden können. Auch, wo ich drin Suggestionen, Affirmationen habe für Selbstbewusstsein, habe einen Selbstbewusstseinskurs, den ich für Jugendliche immer wieder zur Verfügung stelle, weil es sehr wichtig ist. Die brauchen Vorbilder. In der Industrie arbeitet man damit, im Marketing arbeitet man damit, diese jungen Menschen dazu verleiten, dass sie was kaufen. Diese sollten aber nicht den ganzen Tag vor der Playstation oder so sein. Und deswegen ist es wichtig, vorzuleben, gesunde Ernährung, Sport, persönliche Weiterentwicklung, Ziele zu haben. Und ich denke, dass ich da schon ein gutes Vorbild bin. Klingt alles sehr vernünftig. Wir lernen Sie und euch als Menschen kennen. Ich möchte trotzdem ein Video zeigen, das auf deinem oder auf Ihrem Kanal sehr bekannt ist. Und darüber dann auch insbesondere mit Ihnen, Frau Brüggemann, gleich ins Gespräch gehen, was Sie glauben, was das bei Jugendlichen bewirken kann. Und möchte Ihnen hier zeigen, was zum Beispiel Luca auf seinem YouTube-Kanal tut. Ich mache nur noch eine Weile. Ich dachte mir, dann spüre ich einfach mal ein bisschen den Außen vor. Junge, lasst fahren, lasst fahren, lasst fahren. Lasst mal auf, guck mal. Hey, Junge, auf, guck mal. Junge, auf! Junge, auf! Wir sehen diese Bilder. Erste Frage, was Ihr YouTube-Kanal, von wem ist er abonniert? Wie alt sind die Leute? Also laut den YouTube-Analytics sind die Leute im Schnitt, sag ich mal, zwischen 14 und 23. Nächste Frage, was glauben Sie, macht so ein Video mit den Jugendlichen, wenn Sie das sehen? Genau, also man hat ja nicht alles gesehen. Ich habe ja am Anfang erklärt, dass ich das Auto von meinem Cousin, was am Kaputtgehen ist, vor ihm zerstöre. Und ihn damit sozusagen pranke, aber er nicht weiß, dass er von mir danach ein besseres Auto geschenkt bekommt. Das ist tatsächlich wichtig, dass am Ende der Cousin tatsächlich ein neues Auto bekommt. Aber wenn Sie so Bilder projizieren, auch für 14- bis 23-Jährige, in anderen Videos zum Beispiel heißt das, oh nein, ich habe meine Freundin mein Auto von 600 PS überlassen, geht das gut? Das sind ja tatsächlich ein paar Bilder, mit denen Sie spielen. Glauben Sie, dass solche Ideale sich dann festigen könnten bei den Jugendlichen? Also klar, man sieht, dass wir halt mit Gewalt gegen das Auto einschlagen. Aber ich denke jetzt mal, das soll ja nicht die Intention vom Video sein, dass wir jetzt gewalttätig ein Auto zerstören, sondern die Intention soll ja sein, dass ich einer Person in meiner Familie, die mir sehr geholfen hat damals, eine Freude damit mache. Weil das sollte die Intention vom Video sein und so kam es auch bei den Leuten an. Also man hat jetzt hier nicht alles gesehen. Dazu muss ich auch noch was sagen. Bitte. Weil ich war ja sogar in diesem Video dabei. Und also es ist ja ein Auto, das hat vielleicht noch 300 Euro oder so einen Wert gehabt. Das Auto würde nicht mehr durch den TÜV kommen. Genau, also das war wirklich eins, also das war eigentlich zum Verschenken. Und sein Cousin hat damals für ihn sehr viel gemacht. Und dann hat er ihm das neue Mercedes gekauft. Und er hat auch schon Autos verschenkt. Ein alleinerziehende Mütter. Also wichtig ist. Also es könnte genauso jetzt so ein Video sein, das ihr zeigen könntet. Ich kenne den Luca ja schon sehr, sehr viele Jahre. Und ich kenne den Luca genauso. Er sagt zu mir, hey, Bruder, nennen wir uns, was hältst du davon? Ich will das und das machen. Da habe ich gehört, da ist eine Frau, die ist alleinerziehend und hat gerade 3.000 Euro durch meine AdSense-Einnahmen. Und ich möchte der Frau ein Auto kaufen. Und dann geht er hin und drückt er den Schlüssel in die Hand. Und das ist halt auch der Luca. Und die, die ihn abonnieren, sehen das Video, aber auch das Video. Ja, und wenn man dieses Video nicht sehen würde, dann würde man das andere Video nicht sehen. Und auch das Video nicht sehen, wo er zu Obdachlosen hingeht, ihnen Essen gibt, mit ihnen redet. Ja, also man muss, deswegen, man kann mit Unterhaltungsvideos die Menschen abholen und mit anderen Videos ihnen den richtigen Impuls geben, etwas im Leben zu verändern. Ja, ich würde, Frau Brüggemann, Sie haben beiden zugehört und die Argumente gehört. Wie empfinden Sie das? Also, wie ich das Video gesehen habe, habe ich mich gefragt, warum machen Sie sowas? Also, warum wird sowas aufgenommen? Warum wird sowas ins Netz gestellt? Ich bin erschrocken und ja, also auch jetzt die Hintergrundgeschichte. Ich habe überlegt, warum muss man das eine Auto zerstören, um ein anderes dann zu schenken. Das kann ich nicht verstehen. Vielleicht, vielleicht möchten Sie reagieren? Also, ich dachte mir einfach, dass ich das Auto zerstöre, bevor es auf einen Schrottplatz kommt. Dann habe ich vielleicht noch ein bisschen Videomaterial und kann meinem Cousin erstmal einen Schrecken einjagen, bevor er sich dann richtig freut. Aber ich habe wirklich hier mal eine Frage. Ich selbst bin ja auch Journalist. Ich weiß, was Bilder bewirken können. Ich weiß auch, was man machen kann, wenn man ein Millionenpublikum erreicht und dass das eine gewisse Wirkung hat. Was mich interessieren würde, denken Sie denn manchmal tatsächlich darüber nach, welche Wirkung das bei den Jugendlichen hat? Also, wenn ich mir jetzt so meinen Sohn vorstelle, der ist elf, der könnte sich so ein Video auch anschauen. Und ich frage mich, ob er darunter wirklich Unterhaltung versteht oder ob er vielleicht mit seinen Kumpels sagt, ey, geiles Video von Luca gesehen, lass mal machen. Also, was glauben Sie, bewirkt das bei Teenager? Oder denken Sie darüber nach? Klar denke ich darüber nach. Ich meine, wie gesagt, ob ich will oder nicht, ich habe eine gewisse Vorbildfunktion. Anders wäre es jetzt, wenn ich das Auto einfach so zerstören würde und dann gar nichts mehr kommen würde. Dann würde ich ja was ganz anderes vermitteln oder halt schlechte Werte vermitteln. Aber ich für mich weiß, laut meiner Community, ich bekomme ja auch Feedback, denen hat das Video gefallen, die haben sich für meinen Cousin gefreut, sage ich mal. Interessant, ich habe mir die Kommentare tatsächlich nicht angeschaut. Was steht dann darunter? Steht dann dann eher Ehrenmann? Hast du gut gemacht oder kritisieren die Leute das? Teils, teils. Teils, teils. Also, überwiegend fanden es die Leute cool. Vereinzelt gab es dann Leute, die gesagt haben, ja, man hätte das Auto nicht zerstören müssen oder so, aber das Auto würde nicht mehr durch den TÜV kommen. Er hatte nur Probleme mit dem Auto. Wie gehst du denn mit der Kritik um, auch jetzt von Frau Brüggemann, die ja sichtlich erschrocken war, dass das eine negative Wirkung bei den Teenagern haben könnte? Weil es geht ja um Identität. Das heißt, im Grunde genommen, was wir schauen, was wir hören, das hat ja eine gewisse Wirkung auch auf uns. Darüber sprechen wir heute ja auch. Kann das auch zu einer Identität führen, die vielleicht zu Gewalt oder zu Zerstörung aufruft oder glaubst du daran gar nicht? Also, ich kann es nur für mich sprechen. Ich weiß nicht, wie andere Menschen denken. Ich weiß nicht, wie andere Menschen aufgebaut sind. Aber ich denke mal, bevor man sich ein Video anschaut, dann sollte man erstmal schauen, dass man kein Fortnite spielt. Da hat man ja auch eine Waffe in der Hand und schießt auf andere. Ich persönlich finde, dass meine Videos jetzt nicht Leute dazu animiert, dass sie Gewalt anwenden. Ich für mich persönlich. Aber ich nehme die Kritik auf jeden Fall an und nehme mir das zu Herzen. Vielleicht kann ich ja schon in Zukunft, dass ich das Auto nicht mehr so stark schlage. Ich habe jetzt gerade beim Zuhören dachte, vielleicht ist das auch ein Generationenproblem. Vielleicht empfinden das jüngere Menschen, also ich bin ja schon über 60, vielleicht empfinden das jüngere Menschen ganz anders als wir Älteren. Wir haben eine andere Sozialisation, wir haben noch einen anderen Umgang auch mit Dingen gelernt, eben auch. Also wir sind ja nicht in dieser Wegwerfgesellschaft groß geworden, sondern eher noch anders, habe ich gerade überlegt. Aber ich habe auch überlegt, ach so muss ich da reinsprechen übrigens. Ja, wäre vielleicht gut. Ja, entschuldigung. Ich habe auch überlegt, also wenn ich jetzt so ein paar Kinder aus den Kitas, in denen ich arbeite, mir anschaue, das würde die wahrscheinlich auch noch in ein paar Jahren sehr dazu animieren, auf irgendein Auto einzuschlagen. Also Kinder, die eben dieses hohe Aggressionspotenzial haben, nicht umsonst, also das ist in ihnen entstanden und die vielleicht, Sie haben ja vorher auch gesagt, die Follower, die eher, oder das sind dann glaube ich keine Follower, die eher negativen Kommentare sind mit vielen Rechtschreibfehlern und so. Also Kinder, die eben kognitiv auch eher eine Beeinträchtigung haben, ich glaube, dass die eben so eine differenzierte Sichtweise nicht entwickeln können, würde ich mal sagen. Schnell noch eine kurze Antwort, dann würde ich weitermachen. Ich muss auch noch sagen, oder kann auch sagen, dass es mittlerweile so ist, dass YouTube diese Videos, also man kann nicht einfach irgendwelche Videos hochladen, YouTube überprüft es, ob es für die Leute, die das Video anschauen, angemessen ist, sage ich mal. Man gibt immer ein, also man kann, während man das Video hochlägt, kann man eingeben, okay, ist das Video speziell für Kinder, ist das Video für Jugendliche oder ist das Video erst ab 18? Und ich gebe immer ein, nein, ist nicht für Kinder. Dann, okay, fühlst du dich aber in dem Moment oder fühlen sie sich in dem Moment ihrer Verantwortung gerecht geworden, dass es ein gewisses Alter sehen sollte, das meinen Sie damit wahrscheinlich? Weil wenn, weil wenn etwas komplett daneben wäre, sage ich mal, dann würde das gar nicht auf YouTube existieren dürfen, sage ich mal. Okay, eine, eine Sache, wir haben auch ein Video von Ihnen, Herr Dünder, das können wir Ihnen nicht ersparen und wollen Ihnen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen zu Hause auch kurz zeigen und natürlich auch den Saal. Ihr heiratet bald? Ja. Ah, okay, cool, cool, sehr schön. Love, Tief. Es ist für dich alles in Ordnung. Du wirst jetzt deinen Verlobten erkennen, wenn du eine Schwester hast, dann nicht mal mit dem Kopf. Okay, so. Das Besondere ist, du denkst jetzt, dein Verlobter hat dich mit deiner Schwester betrogen und du regst dich voll auf. Du schreist ihn an, du explodierst, das kann nicht sein, du hast es jetzt rausbekommen und du kotzt sowas von ab. Du bist die, die sich jetzt voll ärgert, weil du denkst, er hat dich mit deiner Schwester betrogen. Eins, zwei, drei. Was ist los, was ist los, was ist los, was ist los, alles gut, schlaf, schlaf tief, tief, tief weg. So, auch das gibt es, also wir müssen sagen, wir sitzen hier. Nein, wissen Sie, was ich gerade schade finde? Dass das Ende nicht drin ist. Das heißt, jetzt schneiden Sie etwas voll aus dem Kontext raus. Genau. Und das ist das Schlimme gerade zum Beispiel, auch was hier gerade passiert. Man schaut sich was an, schneidet das Video, ah, das ist gerade extrem, das schneide ich raus. Und was am Ende von diesem Video passiert, das ist gar nicht drin. Sagen Sie es. Genau. So, am Ende des Videos erzähle ich, schaut her, ich habe sie gerade in einen blitzartigen Trance-Zustand gebracht und habe ihr eine Illusion erschafft. Eine Illusion, die in ihr nicht existiert. So, schaut mal, wie schnell das passieren kann, dass Menschen beeinflusst werden. Achtet darauf, wer sagt euch was. Ja, ihr hört irgendetwas und gibt dem Ganzen eine Bedeutung und plötzlich kann eure Beziehung kriseln. Plötzlich kann euer Selbstbild kriseln. Deswegen, filtert immer gut raus und schützt euch, schützt eure Beziehung, schützt eure Partnerschaft. Das ist am Ende von diesem Video genau die Message. Was mache ich? Ich polarisiere mit meinen Videos, ja. Ich polarisiere und habe am Ende meiner Videos immer eine Message. Und diese Message sehe ich hier leider nicht. Und genau jetzt passiert etwas, so wie in diesem Video mit meinem Ring, das auf TikTok hochgeladen wurde. Es wird voll vom Kontext rausgerissen. Genauso wie bei ihm gerade, wo man einfach, ah, der schlägt aufs Auto. Ganz schlimmer Junge. Passiert oft in den Medien auch. Deswegen sitzen wir hier. Genau. Das war ja auch insbesondere der Grund. Aber was mich interessieren würde ist, wir haben Sie ja wirklich heute als Menschen kennengelernt, der Hypnose tatsächlich auch für Angstabbau nutzt. Also ich finde, das ist genial, was Sie auch heute wieder geschafft haben. Ich kenne auch Ihre anderen Videos, wo Menschen wirklich mit Ängsten zu Ihnen kommen und wo diesen Menschen Ängste genommen werden. Warum, also das würde mich schon interessieren, warum machen Sie dann auch solche Videos eine Art Show-Hypnose? Und ja, weil ich habe auch Kritiken durchgelesen, wo Menschen dann Ihnen auch vorwerfen, ja, das ist doch nur Show. Warum macht er das? Warum tun Sie das? Vielleicht beantworten Sie das einmal. Würde man die Hypnose, ja, nicht polarisiert so präsentieren, dass es funktioniert, dann würden sich auch nicht Menschen die Frage stellen, hey, warte mal, es kann doch nicht sein. So, jetzt fangen Sie an, das zu hinterfragen und sagen, das, was der macht, das kann nicht sein. Und jetzt will ich es aber herausfinden und kauft sich ein Buch, ja, und fängt an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Er soll, er kann urteilen, kann er, er kann urteilen, das ist seine Sache. Er kann es hinterfragen und genau das ist mein Ziel. Durch das Polarisieren, Menschen dazu zu bringen, dass sie, hey, warte mal, meine Freundin, die redet mir immer schlecht auf die Beziehung ein. Ja, und ich gebe dem Ganzen, oh, hey, warte mal, das, was der macht, das kann doch eigentlich gar nicht funktionieren, aber ich kaufe mir jetzt mal ein Buch und ich lese mal was darüber. Das ist mein Ziel. Ja, und ich finde, das, 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 das eine... Ich finde auch, Sie machen, Sie haben das auch sehr, sehr authentisch eben dargebracht, aber es war mir einfach wichtig, auch von der Wirkungsseite her zu kommen, zu sagen, und auch zu verstehen. Warum macht das jemand wie Sie? Klar. Weil wir haben uns kennengelernt, das ist wirklich, also, wenn man sich anschaut, wie Sie die Ängste dieser Menschen nehmen, dann ist das wirklich erstaunlich für mich. Ich habe auch andere Hypnosen gesehen, war am Anfang sehr unsicher, ob das funktionieren kann und die Menschen erzählen aber tatsächlich teilweise Positives. Nichtsdestotrotz, Frau Brüggemann, möchte ich Sie fragen, wenn Sie jetzt das Video schauen und das im Vergleich setzen, verstehen Sie auch die Argumentation von Herrn Dünder? Der sagt, man muss bei so einem Thema, was ja nicht greifbar ist, polarisieren. Nehmen Sie das Mikrofon gerne. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich darauf antworten kann. Also, das ist für mich ein Feld. Ich habe mich da noch nie damit auseinandergesetzt. Mich hat das, also mich hat das jetzt vorher schon überzeugt. Ich wusste nicht, also eben, ich wusste den Rahmen nicht. Ich habe die Kilianskirche erkannt, vor der das stattgefunden hat. Ich war sehr froh, dass Sie die Auflösung dazu gesagt haben, warum Sie es gemacht haben und dass Sie es eben auch hinterher den Menschen so erklärt haben. Und ich weiß nicht, ob die Polarisierung sein muss, aber ihr Anliegen, den Menschen zu vermitteln, wie schnell man sich manipulieren lässt oder wie schnell man auch eine Meinung von anderen übernimmt und sie zu seiner eigenen macht, Das finde ich gerade in unserer heutigen Zeit, also in unserer sehr von Medien geprägten Zeit, eigentlich ein wichtiges Anliegen und auch eine wichtige Gegenbewegung. So vielleicht. Danke, Frau Brüggemann. Eine letzte Frage an die Runde. Ich weiß, am Ende, Sie sind vor einem Millionenpublikum, drehten Sie auf, fast vor einem Millionenpublikum teilweise. Deswegen waren diese Fragen einfach auch notwendig. Ich habe aber eine Schlussfrage. Was glauben Sie, macht die Veranstaltung heute etwas mit Ihnen? Bewegt sie etwas in Ihrer Identität? Luca, Sie haben es ganz kurz angesprochen. Kann das irgendwas bei Ihnen verändern? Weil wir haben das Ganze immer anfangen gesehen bei dem Video Selbsterkenntnis und die Handlungen, die wir danach tätigen. Die sind in einem stetigen, in einem dynamischen Prozess. Glauben Sie, so einen Abend, Sie haben es ja vorhin gesagt, so häufig sind Sie nicht bei solchen Podien. Macht das was mit Ihnen? Also ich sage ehrlich, es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, die ich machen durfte. Ja, ich nehme das Ganze mal positiv mit. Seid mal für mich persönlich. Und es war eine coole Erfahrung. Erstmal, Herr Dünder, wie ist das für Sie jetzt so? Ja, es gibt so einen Spruch, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Die Welt verändert sich sehr, sehr schnell. Ja, es ist und es passiert gerade durch all das, was gerade passiert mit Corona, mit Lockdown, was Menschen erlebt haben, dass die Menschen mehr in sich gehen und Sachen hinterfragen, weil sie einfach nicht mehr diese Selbstvernichtungsmaschinen sein können. Sie können plötzlich nicht mehr feiern gehen und so weiter. Und umso wichtiger sind solche Diskussionen, um Menschen aufmerksam zu machen. Ja, aufmerksam und auch einfach Menschen verstehen. Also gerade die Fragen, die waren auf jeden Fall sehr, sehr gut. Denn Menschen, die eben genauso urteilen, die das Video sehen, wenn die jetzt heute das Interview sehen, dann sagen die sich, Herr Krass, hey, das stimmt eigentlich. Und genau deswegen vielen Dank, weil sowas ist sehr, sehr wichtig. Ja, und vor allem auch teilweise natürlich so konstruktive Kritik daran zu haben. Genau das ist wichtig, weil so entwickelt man sich selber. Ja, so macht man immer wieder diese Reise in sich selber und auch in der Gesellschaft bringt man andere Menschen dazu. Deswegen Dankeschön. Frau Brüggemann? Ja, also ich bin auch dankbar, dass ich hier dabei sein durfte, weil mich hat es aufs Neue nachdenklich gemacht und mal wieder aufs Neue den Impuls gegeben, dass ich hinter die Dinge schauen muss, dass ich nicht so schnell mit dem Urteil sein darf, sondern einfach fragen darf, warum macht jemand so etwas und das dann auch so stehen lasse und nicht dann so schnell fertig bin und sage, nee, also so eine Schauhypnose ist ja was Unmögliches auf dem Kiliansplatz. Sondern wenn ich dann eben den Hintergrund höre, dann kann ich sagen, doch, also mit dieser Intention gut oder eben auch mit dem Video. Also, also, ja, ich gehe jetzt in den Händen. Würde ich manchmal gerne machen, muss ich sagen. Ich möchte mich bei Ihnen dreien schon mal recht herzlich bedanken. Heilbronn ist sehr vielfältig und diese Identitätssuche oder Findung betrifft uns irgendwie alle und eint uns auch. Ein weiteres Thema und dann wechseln auch hier die Gäste ist die interkulturelle Identität. Wir haben Heilbronner mit einem interkulturellen Background gefragt, wie Sie sich denn hier in Heilbronn fühlen. Das waren die Antworten. Ich heiße Azad und ich bin Kurde. Aus Heilbronn bin ich geboren. Also Familie Pakistaner, aber gebürtig hier in Heilbronn. Aufgewachsen in Heilbronn. Was bedeutet für dich Heilbronn? Das ist eine Stadt, in der ich geboren bin, in der ich aufgewachsen bin, sehr viele Erinnerungen gesammelt habe. Und ja, ich habe hier sehr viel erlebt. Einfach so meine Heimat. Also bei mir ist es so, wenn man hier durch die Straßen läuft, sei es Fußgängerzone, sei es eine Nebenstraße, kommt einfach von den Menschen irgendeine Kälte rüber. Und die kennen wir jetzt aus unseren Familien nicht. Wir haben beide sehr große Familien und alle mit Herz und das kennt man hier nicht. Deswegen verbinde ich Herzlichkeit auch ein bisschen mit der Heimat und deswegen fühlt man sich nicht so verbunden hier mit Heilbronn, wenn man nach Heimat fragt. Ich fühle mich wohl. Ich habe alles hier und alles, aber es geht einen Tick besser. Du bist gebürtige Heilbronnerin? Ja. Was bedeutet für dich Heilbronn? Heilbronn bedeutet für mich meine Jugend. Und ich fühle mich wohl in Heilbronn, aber seit ich einen Namen habe, nicht mehr so wohl. So, wir haben Stimmen gehört in Heilbronn von Menschen, die einen interkulturellen Background haben. Sie alle haben auch einen Background oder eben einen offensichtlichen unterschiedlich. Erst einmal würde ich Sie fragen, hier waren ja die Stimmen sehr unterschiedlich. Es gab Leute, die fühlen sich wohl in Heilbronn, andere, die sagen, nee, ich fühle mich eigentlich nicht wohl in Heilbronn. Vielleicht, bevor ich Sie vorstelle, wie fühlen Sie sich alle in Heilbronn? Sie sind ja alle Heilbronner und Heilbronnerinnen. Ich müsste das, glaube ich, unterteilen. Okay. Also, als sozialisierte Person, die ihre Familie hat, ihre Freunde hat, fühle ich mich sehr wohl. Ich habe gemerkt, durch mein Ziel, nicht in Heilbronn sein, wegziehen und so weiter, dass ich in Heilbronn kein Heimel habe. Aber dafür viel Fernsehen und dass mir Menschen nicht so schnell fehlen. Ich weniger telefoniere auch deswegen. Aber auf der anderen Seite, trotzdem fehlen mir bestimmte Aspekte, die meine Leidenschaft nähern und auch so mit meiner Seele oder meiner Lebensfreude, wie viel kulturelle Veranstaltungen beispielsweise und Kunst. Also sehr unterschiedlich. Wie ist das bei Ihnen? Also bei mir persönlich, da ich auch in Heilbronn aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und im Grunde meine Jugend hier verbracht habe, kann ich schon sagen, dass ich mich mit Heilbronn identifiziere. Wobei ich sagen muss auch, nichts ist perfekt in keiner Stadt. Und Heilbronn hat sich auch entwickelt mit der Zeit. Ich denke auch, Heilbronn wurde in der Vergangenheit unterschätzt mit den Möglichkeiten, die man hier hat. Aber grundsätzlich fühle ich mich wohl. Ich würde mich weniger wohlfühlen in einer riesengroßen Stadt wie Stuttgart, wo ich studiert habe. Also da war ich anonym. Ich würde mich auch nicht wohlfühlen in einem Dorf, wo mich, ich sage mal, jeder kennen würde und wo man sich, ich sage mal, begrüßen müsste in jeder Straße. Aber so ist es so ein Mittelmaß, wo ich mich wohlfühle. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind noch nicht so lange in Heilbronn? Nee, gar nicht. Ich bin erst seit 2016 in Heilbronn und für mich ist Heilbronn immer noch Neuland. Aber ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber das um Heilbronn herum interessiert mich mehr als Heilbronn selbst. Also die ganzen Weinberge, die Natur, das ist wirklich was ganz Wertvolles, wenn man vor allem in großen Städten gelebt hat. Ich habe bei meiner Recherche richtig Schwierigkeiten gehabt, zu formulieren, wer Sie eigentlich sind, weil Sie so facettenreich sind, alle drei, die hier sitzen. Ich mache es mal kurz, aber würde Sie im Anschluss bitten, vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, wer Sie sind. Und Sandra Besarer, heute als Kulturwissenschaftlerin und Musikerin hier. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben und hier sind. Seki Öchtasch, Dachverband Netzwerk der Kulturen Heilbronn und Integrationsbeitrag, Beirat hier in der Stadt Heilbronn. Und Dalia Nadi, aktuell ist sie Unternehmensberaterin und Referentin bei der IHK Heilbronn-Franken. Sie beschreibt sich selbst, als wir telefoniert haben, als Weltbürgerin, in Russland geboren, in der Welt unterwegs. Doch wo ist sie zu Hause, würde ich Sie gerne gleich fragen. Das und vieles mehr wird sehr, sehr spannend mit Ihnen. Aber vielleicht zuerst die Frage, wer sind Sie? Ich würde gerne bei Ihnen dann fragen, Konadi. Wenn Sie sich diese Frage beantworten müssen, vielleicht müssen Sie auch den Zuschauern oder dem Publikum hier sagen, wo Sie schon überall in der Welt waren. Also Sie haben es ja gesagt, ich bin in Russland geboren, bin dann in Nordafrika, in Algerien aufgewachsen, hatte dann Etappen in Frankreich, habe in Berlin studiert, habe dann viele Jahre im Nahosten gearbeitet. Und ja, noch in Asien auch sehr viel. Also die letzte Etappe war jetzt in China. Von China bin ich dann direkt nach Heilbronn, so kommt es 2016. Sie sprechen auch fließend chinesisch, sechs Sprachen insgesamt, glaube ich. Genau. Okay, erst einmal für diesen Umriss. Wollen Sie noch was sagen, wer Sie sind, Sie selbst? Ja, ich bin Dalila. Sehr schön. Es ist schwer, das irgendwie... Ja, ich bin viel und gleichzeitig sehr wenig, weil wenn man so viele Elemente in sich vereint, ist man tatsächlich Nööfung vollkommen zu Hause. Und nirgends vollkommen dazugehörig. Aber gleichzeitig kann man sich in vielen Kulturen bewegen, was eigentlich auch etwas sehr Kostbares ist. Ist es bei Ihnen so, dass Sie sich überall verloren fühlen oder überall heimisch fühlen? Überall ein bisschen heimisch. Also verloren eigentlich schon lange nicht mehr. Herstatt, wie ist der Fall? Ich bin in Istanbul geboren, bin aber kein Türke. Ich bin Aramäer, Christ. Ich bin mit sechs Jahren nach Deutschland gekommen. Zuerst nach Kirchstadt, also in meinem Dorf, dann kurz, also ein, zwei Jahre, dann in Heilbronn. Und die gesamte Schulzeit in Heilbronn verbracht, studiert in Stuttgart, bin Unternehmer, Ingenieur, Familienvater, sage ich mal. Ich bin in der Musik tätig. Ich habe angefangen mit der rein, ich sage mal, folklore, orientalische Musik. Mittlerweile auch durch die Stabstelle und durch die anderen Tätigkeiten auch im Bereich Ethno jetzt engagiert. Ja, und jetzt sitze ich hier. Sehr, sehr passendenreich und das wird genauso weitergehen bei Ihnen, Frau Gesahre. Ja, ich glaube, ich würde es bei mir tatsächlich kürzen im Sinne von jetzt die Chronologie meines Lebens. Ich finde es selber auch nicht so spannend. Deswegen würde ich mal so aus meiner Subjektivität darauf eingehen, was ich jetzt interessant finde. Keine Ahnung, es ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich habe es schon vorher gemerkt, also im Sinne von, mit welcher Identität komme ich denn hierher? Also in welcher Rolle schlüpfe ich denn? Bin ich die Musikerin? Bin ich die Musikwissenschaftlerin? Bin ich die politisch interessierte Aktivistin? Schwierig zu sagen. Und ich würde, was die Identitätsfrage jetzt betrifft, sagen, ich bin Sandra, die für Gleichberechtigung kämpft. Und das durch verschiedene Kanäle gerne transportiert. Ob es die Musik ist, ob es Artikelschreiben sind als Autorin für ein Magazin, ob es Führungen zu einem Museum, die ich dann mache, oder ob es über ein Amt ist als Rassismusbeauftragte und so weiter. Ich glaube, dass wir das ganz gut so bündeln. Ich würde Sie mal fragen, weil vielleicht schauen noch junge Menschen zu, die Reise, wenn man, die Reise der Identität oder der Selbstfindung, wenn man in verschiedenen Kulturen aufwächst, in Ihrem Fall sogar in verschiedenen Ländern aufwächst, wie kommt man da zu einer Lösung? Gab es auch mal eine Krise, wo Sie gesagt haben, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin, wo ich mich zu Hause fühle? Bei mir war es so, ich habe mich lange gefragt, bin ich jetzt Muslim, bin ich Pakistani, bin ich Deutscher, bin ich Darmstädter? Wer bin ich eigentlich? Gibt es diese Krisen? Gab es die bei Ihnen? Bei Ihnen angefangen? Ja, die gab es tatsächlich. Also ich bin in einem muslimischen Land aufgewachsen und hatte eine deutsche Mutter. Und das hat mich natürlich sehr geprägt, dadurch, dass man dann trotzdem die Außenseiterin war, weil man einfach nicht dem Schema gepasst hat, wie Familien dort zusammenleben, zusammenkommen. Und als ich dann im späteren Alter nach Deutschland gekommen bin, war ich dann aber, also dieses Anderssein durch die deutsche Mutter war dann wieder das Anderssein durch den nicht-deutschen Vater hier. Dann war das auch dieses nicht-deutsch-dazugehören, weil man ja nicht hundertprozentig, also das schon. Aber das hat sich dann mit der Zeit gelegt und das hat sich bei mir vor allem gelegt, in dem ich angefangen habe, in anderen Ländern zu leben. Dass es irgendwie mit der, je mehr man in anderen Kulturen unterwegs, danke schön, je mehr man in anderen Kulturen unterwegs ist, umso weniger spielt das eigentlich eine Rolle. Und das ist immer sehr faszinierend, wenn man dann mit Leuten zusammen in Kontakt tritt, die selber auch sehr viel gesehen und erlebt haben, dass man dann auch im Dialog, dass es gar keine Rolle spielt, dass man dann tatsächlich auf einer ganz anderen Ebene anfängt, miteinander zu kommunizieren. Herr Röschler, war es bei Ihnen so? Hatten Sie Schwierigkeiten, mal sich selbst zu finden oder zu sagen, wer bin ich? Oder war das für Sie ganz klar immer? Es war für mich ganz klar, dass die Welt nicht komplett ist. Dass man selbst auch nicht komplett ist. Deshalb, wenn man das weiß, es gibt ja nichts, was komplett richtig ist, was nicht komplett falsch ist. Da kann ich auch nicht sagen, es wäre gut, wenn es so oder so wäre. Es ist so, wie es ist. Und man soll auch das damit dann machen, was man halt in die Hände bekommt. Also ich sehe es als Bereicherung an. Ich bin jetzt Orientale, sage ich mal. Das ist der eine Stuhl. Dann ist der andere Stuhl. Ich sage mal das Deutsche. Ich wende das an, wo es halt notwendig ist. Wenn ich jetzt arbeite, so platt, dann arbeite ich nicht wie ein Orientale. Also das ist ja, wenn man jetzt alle Vorurteile da rausholen möchte. Also da versuche ich, diese gewisse Ordnung, die man auch als Vorurteiler gegenüber allen Deutschen hat, sage ich mal. Also dass man auch diese gewisse Ordnung, die ich für mich haben möchte, habe. Und das andere, sage ich mal, ist vielleicht so eine emotionale Geschichte, die man eher hat. Wo kommt man her? Wie definiert man sich Religion, Spiritualität, eine Herzensgeschichte? Und da holt man sich eher vielleicht die Herzensgeschichte raus. So, was uns alle eint hier, ist ja Heilbronn. Und da ist es eigentlich dann unerheblich, ob man ist Christ, Moslem, Aramäer, Türke, Deutsche und so was. Und man soll sich auch da so einbringen, auch die Fähigkeiten und den Background, den man hat, dass man sich da einbringen kann. Jeder auf seine Möglichkeit, der hat. Jeder hat andere Möglichkeiten. Ich würde Sie jetzt mal als Wissenschaftlerin fragen, weil ich glaube, ganz viele Menschen, die sich in so einer Identitätskrise befinden oder nicht genau wissen, denken ja meistens, nur ich bin gerade in dieser Krise. Wie ist das vielleicht, können Sie das mal wissenschaftlich aufschlüsseln? Ist so etwas normal, dass solche Krisen kommen? Also um die Frage zu beantworten, würde ich sagen ja. Aber auch nur, weil Zugehörigkeit nicht primär subjektiv ist. Also wenn jemand sich zu etwas zugehörig fühlt, das hast du jetzt auch gerade schön beschrieben, wie du damit umgehst, zwischen den Stühlen zu stehen, und das haben Sie auch beschrieben. Es ist aber trotzdem aus einer subjektiven Haltung. Und das muss man, finde ich, auch so betrachten, dass man mit der eigenen Sicht, mit der eigenen Wahrnehmung und dem Wunsch, etwas anzugehen oder dieser Illusion, sich zu integrieren, dazu zu gehören, nur eine Seite ist. Deswegen ist dieser Konflikt eigentlich schon gegeben, wenn die Gegenseite, die ja eine gewisse Machtposition übernimmt und hat, die entscheidet, gehörst du oder gehören sie dazu oder nicht. Deswegen findet da immer wieder eine Krise statt. Also wenn wir es jetzt auf diesen kulturellen, ethno-nationalen Hintergrund beziehen, Also es gibt ja Indignität auf ganz vielen Unterschiede. Ganz verschiedene Facetten. Ja, genau. Aber wenn man es darauf bezieht, würde ich sagen, es ist eine schöne Vorstellung zu sagen, es gibt keine Krisen in dieser Hinsicht. Ich habe jetzt eine Frage, vielleicht an Sie, weil Sie es so beschrieben haben auch. Wann haben Sie denn Ruhe und Frieden gefunden? Wo haben Sie den Punkt entdeckt in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, jetzt, da fühle ich mich jetzt wohl oder ich möchte nicht mehr mich erklären müssen, ich bin, wer ich bin? Schwierige Frage. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein Ereignis war oder dass man das an einem bestimmten Punkt oder Tag zurückführt kann. Ich glaube, das ist einfach so ein schleichender Prozess, dass man sich, je mehr man sich mit anderen Identitäten, Kulturen, Erfahrungen, die man einfach im Leben macht, dass man dann langsam zu sich selber bindet. Und ich glaube, für mich war das auch so ein ausschlaggebender Moment, als ich selber Mutter geworden bin. Und dann war natürlich auch die Frage, wie erkläre ich es meinem Kind? Wie soll ich ihm sagen? Ich meine, ich bin selber mit einem halb Deutschen, halb Armenier verheiratet. In unserer Familie spricht man viele Sprachen, ich spreche mit meiner Tochter auch Französisch, in der Schule ist dann Deutsch und dann ist noch Chinesisch und dann ist noch Russisch. Also das ist ein Mischmasch und da habe ich mich lange gefragt, was sage ich ihr jetzt? Und dann hat mich dieses, je mehr ich darüber nachgedacht habe, wir sind einfach nur Weltbürger. Also das spielt alles gar keine Rolle und dieser ganze Nationalismus und so, das schafft eher Barrieren, als dass es von Tübert verbindet. Und vermutlich werden Ihre Kinder dennoch ihren eigenen Weg der Identität gehen. Vermutlich, glaube ich, ja. Wie kommt man denn aus dem Konflikt oder wie löst man denn diesen Konflikt, den Inneren? Wissenschaftlich oder was gibt es da so, was würden Sie auch empfehlen? Es ist sehr, sehr schwer zu, also diese Frage auch zu beantworten und ich finde es auch interessant, weil mir jetzt auch bewusst wird, gerade was Sie gesagt haben, es gibt so den, also den Premierenhintergrund, es gibt viele verschiedene soziale Räume, in denen wir uns bewegen. Aber trotzdem ist es, es gibt so die politische Ebene, also das Gefühl, also Identität oder Zugehörigkeit ist ja erstmal ein Gefühl. Das war auch das, was ich vorhin versucht habe zu sagen, dass es subjektiv ist, aber dennoch kann die Außenwelt etwas ganz anderes spiegeln, leider. Also wenn wir die Wahlergebnisse sehen, Jüngst ist einfach eine Partei, die genau das nicht möchte, wovon wir jetzt gerade sagen, das ist ja eigentlich so eine Synergie, ist ja eigentlich, darin steckt Potenzial und so weiter. Und deswegen geht es darum, um jetzt diese Integrationsfrage oder wie kann man Identitätskrisen am besten angehen, da würde ich auch gerne ein Buch empfehlen von Max Scholleck, das interessiert, das integriert euch, weil er genau das eben thematisiert, weil wenn man sich in etwas integrieren soll oder wenn man zu etwas zugehörig sein soll, ist ja auch immer die Frage der Rasse auch irgendwo dahinter. Und das ist schon mal ein Mythos. Und er sagt, desintegriert euch. Warum? Er sagt, desintegriert euch, weil er sagt, wenn man sich in etwas integrieren soll, dann impliziert es ja auch, dass es ein Zentrum gibt, in das man rein soll. Und dieses Zentrum kann man aber gar nicht auf BRD beziehen, weil es eben so viele unterschiedliche Kulturen in Deutschland gibt. Wir haben 16 Bundesländer, es gibt teilweise unterschiedliche Gesetze. Also in was sollen wir uns denn integrieren? Also erstgemeinte Frage, in was soll ich mich denn integrieren? Ich habe keine blonden Haare, das wäre dieser, ich habe keine blauen Augen, soll ich mir jetzt die Haut gleichen? Das heißt ja letztendlich, dass wir uns frei machen müssen von dem Gedanken, also ich sage mal, wenn ich zwischen den Zeilen lese, ist es richtig zu sagen, okay, sich einfach frei machen von dem Gedanken, dass man sich integrieren muss? Deswegen, desintegriert euch? Ja, genau. Also es gibt, in was? Also ich finde, das, was ich kurz mal ganz gut auf den Punkt. Herr Estasch, gehen Sie da mit? Ja, integrieren. Ja, da kann man sich ruhig die Frage stellen, in was? Deshalb wurde auch diese Stabstelle umbenannt in Partizipation und Integration. Also man soll teilnehmen und indem man teilnimmt, bringt man das, was man hat, rüber und bekommt auch das, was der andere hat. Also man soll teilnehmen und dann entwickeln sich ja Prozesse. Also dieses so statische, ich integriere mich, das gibt es bei mir auch nicht, wo ich sage, in was denn? Ja, also das hört sich auch ein bisschen mittlerweile, ja, es gibt, ich sage mal, es gibt in Deutschland eine gewisse, es gibt Gesetze, an die muss man sich halten. Das ist erstmal die Basis von allem. Und dadurch, dass man, dass man miteinander, eine Aktivitäten, sage ich mal, miteinander macht, egal was ist, ob das jetzt Kochen ist, ob das, ob es Musik ist, ob es Literatur ist, automatisch dadurch begegnet man sich und man nimmt was mit und man gibt auch was. Also das ist für mich der Begriff der Integration. Frau Besare hat ja vorhin den Begriff auch der Macht von außen genannt. Wenn ich jetzt mal diesen Begriff auch mitnutze und sage, ist eigentlich so, also auch für junge Leute, die sich vielleicht in dieser Krise befinden, muss man sich eigentlich von der Macht des anderen einfach lösen und sich sozusagen auf sich selbst fokussieren, wer man eigentlich ist und gar nicht so in diese sozialen Komponenten denken erst einmal, weil die sind ja augenscheinlich. Warum sind sie augenscheinlich? Weil sozial werden wir ausgegrenzt. Egal, ob das beim Sport passiert, im Religionsverein passiert, irgendwo anders passiert. Und dadurch möchten wir, glaube ich, neigen, junge Menschen insbesondere dazu, dazuzugehören. Also auch so ein gewisser Gruppenzwang. Muss man sich von dieser Macht freimachen, damit man sich frei fühlt und die Ruhe findet? Schwierige Frage. Also wenn ich mich jetzt zurückversetze in meiner Jugend, da denke ich, das ist utopisch. Ich hatte weder die Reife noch die Vorbilder, dass ich irgendwie da, also mich, hätte vielleicht irgendjemand, also hätte ich was drüber gelesen oder gehört von Menschen, die genau so, sagen wir mal, aus unterschiedlichen Identitäten gestrickt sind und trotzdem sehr bewusst durchs Leben gegangen sind und ihren Weg gefunden haben, hätte es mir vielleicht weitergeholfen. Aber ich war damals in meiner Jugend, war ich in einer Phase, wo es entweder oder hieß. Und das erzeugte damals sehr viel Stress. Ich habe ja, viel, viel später habe ich ja lange Zeit in China zum Beispiel gelebt. Und das war so befreiend, dass da tatsächlich keiner von einem erwartet, dass man sich integriert. Weil da ist der Grundgedanke oder die Erwartung, dass man sich integriert, ist dermaßen fremd, weil man geht davon aus, dass man so unterschiedlich ist, dass man sich gar nicht ineinander integrieren kann, sondern da geht es tatsächlich um Partizipation. Also, dass man voneinander lernt und da, was bringst du, was interessiert dich an mich und was kann ich dir geben und also so voneinander lernen war eher. Dieses, also, dass man eben miteinander arbeitet, statt erstmal sozusagen in diesem Konflikt, dieses hin und her. Das sind jetzt unsere Normen und so arbeiten wir und jetzt passt dich an. Wie gehen Sie heute mit diesem entweder oder um oder gibt es das gar nicht mehr? Also, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass Sie von außen immer noch angesprochen werden. Wer bist du eigentlich? Wer sind Sie eigentlich? Wo kommen Sie her? Nervt Sie diese Frage erstens? Und zweitens, wie gehen Sie mittlerweile mit sowas um? Mittlerweile wird ja diese Frage auch von vielen anderen Personen mit Migrationshintergrund auch sehr oft thematisiert, in den letzten Jahren auch sehr oft in den Medien und da gibt es eine gewisse Sensibilität, sodass derjenige, der trotz seiner Neugier dann auch gleich sich entschuldigt, ich frage ja nur aus Neugier. Aber, ja, das werde ich nicht ändern, dass man versucht, mich in einer Schublade reinzupacken, was den wenigsten gelingt, weil es einfach, je mehr man fragt, also am Ende heißt es dann, okay, ich komme da nicht mehr mit. Das ist auch in Ordnung, aber ja. Ja, aber das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich so, weil Sie so facettenreich sind, so vieles erlebt haben und dennoch spüren Sie, dass der Mensch, der Ihnen fremd begegnet, Sie schon gerne irgendwo zuordnen würde. Ja. Aber grundsätzlich ist ja diese Zuordnung psychologisch gesehen ja erst einmal nichts Schlechtes, oder? Also, dass wir Menschen, also für die Orientierung, das sagen ja die Biologen, ist sehr, sehr tief in uns, wir brauchen das manchmal, dass wir gewisse Dinge sehr oberflächlich betrachten, sonst würden wir gar nicht weiterkommen können, oder? Ja, also ich denke schon, dass es so, gerade in diesem Alltag, als Mensch, als junger Mensch, als Kind, brauchen wir auch, Frau Wilder, wir freuen auch, dass man sich an den Eltern erstmal orientiert und so weiter, um ein Habitus überhaupt zu entwickeln. Also, wenn ich jemanden begrüße, dann gebe ich die Hand und so weiter. Wir brauchen immer etwas, an dem wir uns orientieren können. Ich bin nicht Psychologin, ich kann jetzt nicht sagen, welche Wirkung das hat auf die Psychologie eines Menschen, aber ich finde es trotzdem interessant, dass gerade beim Thema Zugehörigkeit einer Nation, einer Ethie, es eben so wichtig ist für den Menschen, dass durch eine Frage mit, wo kommst du eigentlich her, dieser Versuch immer wieder stattfinden muss, eine Ordnung im eigenen Gedankensystem zu schaffen. Weil, also, es gibt eben die Zugehörigkeit auf dem Papier, das ist dann auf dem Pass, da steht dann geschrieben, wo jemand herkommt, und trotzdem wird es nochmal hinterfragt. Also, wenn jemand seinen Pass, oder wenn ich jetzt morgen ins Ausland gehe und ich verliere meine Papiere, dann habe ich gar keine Identität mehr, rein politisch. Und das finde ich eben so interessant, was es mit der Gesellschaft macht, dass trotzdem ganz viel gebohrt werden muss, um dann eine Antwort zu haben. Und dann frage ich mich, was passiert dann damit? Und ich finde es schon berechtigt, dass man die Frage übergriffig findet, dass man die Frage auch im Kennenlernprozess als unpassend empfindet und teilweise auch rassistisch. Sie haben das ja so schön beschrieben, ich habe tatsächlich in der Krise gesteckt und wirklich auch immer wieder mich gefragt und irgendwann wirklich mich so gedanklich mal eingesperrt, einen weißen Zettel genommen und mir die Frage mal wirklich aufgeschrieben, wer bin ich eigentlich? Und das hat mir, diese Reflexion, diese Intensive, hat mir sehr viel geholfen. Gab es solche Reflexionen in Ihrem Leben, Herr Oestasch? Man hat ja nicht nur eine Identität und man ist auch nicht einer Gruppe zugehörig immer. Man ist verschiedenen Gruppen zugehörig, man hat verschiedene Identitäten. Man stellt sich mal vor, ich bin jetzt im Ausland und treffe auf einen Aramäer. Dem ist es egal, ob ich dann in Deutschland lebe oder nicht, sondern da bin ich der Aramäer. Es ist nicht nur, dass ich dort der Aramäer bin für ihn, sondern er fragt auch, welcher Aramäer, also Vater und aus welchem Dorf und so weiter. Und zum Beispiel die Mutter von Sandra kommt aus einem bestimmten Dorf. Da kommen wir auch her. Das wissen wir. Also es ist eine Zugehörigkeit zu diesem einen Dorf. Ja, das ist ein kleines Dorf, wo zurzeit vielleicht 30 Familien leben. Also ein Staubkorn, sage ich mal, in der Landschaft. Ich habe hier mal wirklich eine Frage, weil Sie beschreiben das ja als etwas sehr Schönes, nachzufragen und zu wissen, wo man herkommt. Im Grunde genommen, jetzt mal kritisch umgedreht gefragt, möchten vielleicht die Menschen, also die hier in Deutschland aufgewachsen sind, einfach nur dieses Gefühl auch haben und fragen deswegen? Vielleicht ist es ja gar nicht. Also Sie haben gesagt, es ist richtig, dass wir uns darüber aufregen. Aber jetzt mal umgedreht, ist das ja auch etwas Schönes, Gemeinsamkeiten zu finden. Ist diese Frage dann, muss man das ein bisschen anders dann betrachten? Ich glaube, es kommt auch immer wieder darauf an, in welcher Konstellation diese Frage aufkommt. Also habe ich auch mitbekommen tatsächlich, dass man es auch hier im Umland irgendwie in kleinen Dörfern macht, dass man sagt, ja, wo kommst du her oder irgendwie so, oder zu dem gehörst du, glaube ich, heißt die Frage. Also dass man so anhand dieser Frage versucht, ein Individuum einer Familie zuzuordnen, die auch in diesem Dorf gelebt hat oder lebt. Ich finde, das ist etwas anderes, wie wenn eine Person, die scheinbar offensichtlich nicht dazugehört hat, gefragt wird, wo kommst du her. Das hat einen ganz anderen Hintergrund, das hat einen anderen Unterton. Ist das so, weil der Unterton vorhanden ist, oder empfinden wir Menschen das vielleicht auch manchmal so? Ja, das ist eine gute Frage. Und es gibt auch manche, die sagen, man kann mich jederzeit fragen, woher ich komme, ich stört mich überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist ein subjektiver Umgang. Aber wenn wir das mal so betrachten von vorne, die Frage, wo kommst du her, impliziert doch, dass ein Phänotyp oder ein Erscheinungsbild nicht zu dem eigentlichen deutschen Bild dazugehören kann. Sonst würde sich ja die Frage gar nicht ergeben. Ich möchte an dieser Stelle nicht unhöflich sein, ich schaue aufs Handy, weil ich weiß, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, Sie schreiben bestimmt sicherlich Ihre Kommentare, über die werden wir gleich auch sprechen. Und Sie hier im Raum haben natürlich auch die Möglichkeit, gleich Fragen zu stellen und sich in die Diskussion auch einzumischen. Eine schnelle Frage, welche Musik hören Sie gerne, wenn Sie die beantworten möchten? Weil das ist unser nächstes Thema, was Musik mit Identität macht. Vieles. Also ich, für alles, was in den 80er, 90er Jahren produziert wurde. Aber ich stehe auch auf Ethnomusik. Wie ist das bei Ihnen? Meine eigene, natürlich. Spaß. Hatte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Aber hören Sie, also, weil Sie auch so? Nein, ich höre natürlich Kunterbund. Sie hören sich gar nicht. Doch, doch, natürlich. Nein, also ich höre Kunterbund meistens natürlich orientalisch, aber komischerweise im Auto oder dann mehr, dann Radio oder Spotify. Kunterbund. Kunterbund? Ja. Auch bei Ihnen Kunterbund? Zwei Kunterbund? Nein, nicht Kunterbund. Ja, also Kunterbund im Sinne von, ich mag auch Indie, arabische Musik beispielsweise oder hebräische Akustikmusik, also aber von Jazz über Hip-Hop über Indie und Akustikmusik und so weiter instrumental. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich höre alle. Sie selbst machen Musik? Was für welche? Oh ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir so schwer finde. Also ich glaube, ich mache das ein bisschen ganz normal. Sie haben einen sehr schönen Song geschrieben, in den wir gerne reinhören möchten und danach sprechen wir auch über die Identität und was Musik damit macht. Ich habe mein Zuhause verloren. Es geschah vor lange unbekannter Zeit Ich habe so viel mit meiner einzigen Liebe gesprochen In der Hoffnung, dass irgendjemand bleibt Ich schaffe es nicht, den Abschiedsbrief zu schreiben Ich habe gesehen, wie sie dabei lacht Worte sind schwer und haben ihre eigene Macht Ich habe so viel mit mir Sequenz... Ich waridad hier... In deinem farbenden Wind Ich habe so viel mit mirlympisch Möcht' ich bleiben, lieb' mich wie ein Kind Du bist mein, du bist mein, du bist mein Zuhause Du bist mein, du bist mein Zuhause Der Applaus gebührt Ihnen, wirklich eine wunderschöne Stimme, die ins Herz geht Du bist mein Zuhause, für welche Stadt, welchen Ort, darf man das wissen, haben Sie das gesungen? Also ich meine, ich bin ja selber aufgrund meiner Geschichte und auch so viel umziehen seit meiner Kindheit Ich war auch in meiner Identitätskrise Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass der Neckar auch irgendwie für mich ein Zuhause sein kann Das Lied ist tatsächlich dort entstanden, hier am Heilbronner Neckar Ich würde es gar nicht geografisch festhalten Also ich habe alle Prägungen, narrative Geschichten über die Arbeit meines Großvaters, meiner Großeltern Da war ich selber noch gar nicht, aber ich trage das alles in mir Und es ist viel, viel wertvoller, weil es gar nicht kaputt gehen kann Es kann durch keinen Krieg, durch kein Schlechtreden zerstört werden Das ist tatsächlich ein sehr introvertiertes, mittiges Zuhause Das man mit anderen teilt Was macht Musik mit Ihnen ganz persönlich, auch in Bezug auf Identität? Gibt Ihnen Musik auch einen Teil von sich selbst? Ja, auf jeden Fall Also ich habe mit Straßenmusik angefangen Barfis in Stuttgart, hier Heilbronn und überall irgendwie Straßenmusik machen Das ist auch das, was Sie anfangs gesagt haben, diese Abgrenzung Das hatten wir in diesem Video gesehen Das war meine persönliche Abgrenzung Und ein immer wieder wunderschöner Ort dahin zu flüchten Und alles andere zu vergessen Und voll in seiner eigenen Wahrheit zu sein Also ganz mit allen Sinnen Das finde ich so schön an Musik Und das hat mich jetzt schon sehr treu und rhetorisch begleitet Man merkt Ihnen ja an, wer Sie heute kennengelernt hat Sie sind leidenschaftlich für ein Thema unterwegs, dass viel Gerechtigkeit auf dieser Welt geschehen soll und dass alle eine gewisse Toleranz miteinander leben sollen Möchten Sie auch so etwas mit Ihrer Musik ausdrücken, dass sich Menschen offener begegnen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall Also ich meine natürlich ist es immer ein bisschen schwierig mit Soundtexten und gerade deutscher Texte etwas zu vermitteln Wenn ich eine bestimmte Vorstellung oder einen Wunsch habe, wie das auch klingen soll am Ende Ich könnte aber nicht über belanglose Dinge, glaube ich, sehen Also sagen ganz viele, mach doch Partymusik und so weiter Ich kann das gar nicht Also mir ist es schon wichtig, Leuten was mit auf den Weg zu geben Also dann ist ja Musik schon ein sehr starker Teil von Ihnen selbst Nicht nur, weil Sie Musikerinnen sind und so eine tolle Stimme haben Sondern auch, weil der Inhalt das transportiert, was Sie fühlen, denken? Ja, das ist dann meine Bühne Also ich kann dann auf der Bühne meine Gedichte vorlesen Ich kann Thematiken ansprechen Ich kann den Leuten irgendwie, ich kann anecken Ich kann in meinen, ich kann Geflüchteten-Thematik und Musik verpacken Also es geht zu viel Und das ist die Bühne, die ich dafür nutze Herr Stasch, machen Sie das ähnlich mit Ihrer Musik? Singen Sie, damit andere Menschen unterhalten werden? Singen Sie, damit andere Menschen nachdenken? Wie ist das bei Ihnen? Also in erster Linie bei uns die, ich sag mal, die orientalische Musik Die ist natürlich auch Unterhaltungsmusik Aber das Besondere, wenn man zum Beispiel diese Art von Musik in Deutschland macht Ich rede mal für die Aramäer, für die Orientalen Ist es eine Verbindung und ein Gefühl für Heimat Dass die Leute, die hören, wenn sie jetzt über Berge singen Wenn man über Berge singt, über das Dorf, über die Landschaft Dann hat man natürlich ein Bild vor Augen Und bekommt in der Vision und in Gedanken die Heimat Die man vielleicht nicht hat Das verbindet, also Musik verbindet wirklich zur Heimat Es ist eine spirituelle und geistige Sache, was auch Heimat ist Das sind dann die Gefühle, die ein Orientale eher mit Musik verbindet Man sagt ja tatsächlich, oder es ist ja nachgewiesen, dass das Gehörsinn jener Sinn ist, der sich zuerst ausbildet im menschlichen Körper Und jener Sinn ist, der zuletzt geht Wenn Sie an Musik denken, gibt es Musik, bei der Sie besonders emotional werden, die Sie besonders berührt Und haben Sie jemals reflektiert, warum das so ist? Also es gibt ganz bestimmte Songs oder Refrains, wenn ich sie nur höre, fange ich an zu weinen Aber das hat viel mit, wahrscheinlich mit meiner Kindheit zu tun Das ist das, was man zu verschiedenen Jahreszeiten, Feiertagen dann immer überall auf der Straße gehört hat Auf den Terrassen, in den Cafés Und meistens sind das Liebeslieder oder so ganz dramatische Liebeslieder, also nicht Aber ja, ich habe eine Schwäche dafür Aber ich habe jetzt auch gemerkt, zum Beispiel bei dem, jetzt mit dem ganzen Lockdown und Corona konnten wir ja nicht reisen Aber die Musik, die transportiert einen Das war dann auch so ein ganz guter Ausgleich Wenn ich dann das Bedürfnis hatte, jetzt mal wieder irgendwie im Orient zu sein Dann habe ich dann orientalische Musik oder japanische Musik Und dann war ich wieder woanders Und das ist wunderbar Und wenn man mit den Texten auch mitsingen kann Ich meine, ich habe eine hässliche Stimme Aber zu Hause stört es ja niemand Und dann geht man einfach ab und dann ist man weg Und das ist eigentlich wunderbar Das, was eigentlich auch Sie gesagt haben, diese geistig-spirituelle Reise Wie wirkt denn Musik auch auf Identitäten? Also ich habe wirklich mal im Zuge dieses Gespräches nachgedacht, was ich für Musik höre Und darüber nachgedacht, was das eigentlich über mich aussagt Insofern sehr spannend Ich habe vorher noch nie darüber reflektiert, was ich für Musik höre und was das über mich aussagt Was sagt denn, oder wie wirkt denn Musik auch auf Identitäten? Das Interessante an der Wirkung der Musik auf Identitäten ist, dass sie schon sehr, sehr früh beginnt Und durch Einfluss der Eltern Und Pierre Bourdieu, Soziologe aus Frankreich Der hat die Feinunterschiede beispielsweise auch erklärt Warum dieses Ausbrechen auch so wichtig ist Und das hat man eben auch in der Musik Und das finde ich auch so spannend Wenn ich zum Beispiel sehe, meine jüngeren Verwandten welche Musik die hören Wo ich noch überlege, ich saß nicht so mit der Akustikgitarre, als ich kleine Kinder war Und habe mit denen gesungen und versuchte, denen irgendwie was zu vermitteln Und die hören aber jetzt in meinen Ohren furchtbare Musik Dann ist das aber für mich klar Das ist auch wieder diese Ausgrenzung Das ist wieder diese neue Prägen der Identität Und das heißt aber nicht, dass es jetzt dann entschieden ist Das ist ein stetiger Wandel Ist es tatsächlich so, dass Musik uns häufig von außen herangetragen wird? Also das heißt, dass wir da gar nicht häufig so selbst die Wahl treffen Sondern mit welchen Freunden wir unterwegs sind Wie war das so bei Ihnen? Oder kann man das so nicht sagen? Ist ganz unterschiedlich Man entwickelt Also bei mir war es zum Beispiel Ich bin ja zu Zeiten der Kassetten noch aufgewachsen Und da wurde irgendwann mal eine Kassette Da gab es ja nicht viele Nach Hause gebracht Und es hat mich geflasht gleich Die aramäische Musik Und dann ging es los Und dann ging es los Mittlerweile höre ich wirklich jetzt auch Jazz und Blues und andere Richtungen Und mache ja auch selber Ethnomusik Wo ich dann mit Ich spiele ja auch SARS Wo ich auch mit der SARS zum Beispiel Deutsche Volkslieder spiele In der Gruppe Und dann kommt man natürlich in Sphären Wo man Grenzen überschreitet Die man vorher nicht gedacht hat Bitteschön Weil klar, zwischen uns liegt ja ein Altersunterschied so ein bisschen Danke Ganz klein Und wenn ich das vergleiche, wie das bei mir war Also als ich 20 war Ich bin ja auch schon 30 Da war das Ganze anders als heute Also ich habe irgendwann reflektiert und gemerkt Dass mich diese Überflutung der sozialen Medien Man bekommt ständig Musik gezeigt Gute Musik auch Man hat Spotify Man hat so viele Porteele Dass die Leidenschaft sich hinzusetzen Platten auch Also ich höre Schallplatten Die auszutauschen Dass es gar nicht mehr gegeben ist Also man kriegt alles vor die Nase geknallt Weil es einen Algorithmus gibt Und das finde ich so verrückt Also es gibt in dieser scheinbar irgendwo virtuellen Welt Einen Algorithmus Der kennt meine Identität Oder etwas an mir Und sagt, das wird dir gefallen Nur zwei Verhalten auf jeden Fall Das ist nicht mehr meine Freunde Das ist nicht mehr meine Freunde Meine Familie Oder ich gehe auf ein Konzert Und treffe Gleichgesinnte Mit denen ich mich dann irgendwie austausche Was Musik betrifft Sondern es macht jetzt die virtuelle Welt Wie lernt man gute Musik kennen? Was empfehlen Sie den jungen Leuten Mal den Rechner wegzulassen? Und dann vielleicht in einen Laden zu gehen? Weil das ist ja tatsächlich so Algorithmen bestimmen sehr, sehr viel heute in unserem Leben Egal ob es das Käuferverhalten ist Oder eben auch das, was wir hören wollen Ein Tipp für die Leute Wie finde ich zu meiner guten Musik? Ja, ich würde sagen Einfach auf Konzerte gehen Also irgendwo ein Konzert sehen Gar nicht groß Sich damit beschäftigen Ist das jetzt was für mich oder nicht? Wenn es einen anspricht, hingehen Und vor allem Ich finde es auch so etwas Meditatives In Plattenland zu gehen Und ich meine Es gibt ja auch CD-Läden und so weiter Okay, wo hört man jetzt heute noch CDs? Weiß ich gar nicht Aber wenn jemand ein Laufwerk hat oder so Aber dass man da vielleicht Sich intensiver offline damit beschäftigt Das ist eine gute Frage Es ist schwer Ich wünsche, mein Sohn hört gerade zu Und nimmt das Ganze mit Weil das wird sich in Zukunft, glaube ich Ganz gewaltig ändern Ich möchte jetzt die Runde öffnen hier Und natürlich Ihnen auch zu Hause die Möglichkeit geben Ihre Fragen loszuwerden Möchte jemand fragen? Hat jemand Rückfragen zu den Gästen, die jetzt vorne sitzen? Aber auch gerne zu den Gästen, die vorangegangen waren? Gibt es Fragen hier aus dem Saal? Ich schaue parallel auch, was im Netz los ist Gibt es jemanden, der sich einmischen möchte? Der dem es unter den Nägeln brennt? Nö? Okay, ich höre jetzt auch aus der Regie Dass die Zeit überschritten ist sogar Insofern danke ich Ihnen recht herzlich Für diesen tollen Austausch Wir haben, glaube ich, heute alle miteinander gelernt Dass Heilbronn etwas mehr ist Als man möglicherweise in seiner ganz eigenen Blase manchmal denkt Und unsere nächste Veranstaltung wird hier im Anschluss auch angekündigt Da können Sie sich das Datum schon merken Und der Stream wird auch wieder um 19 Uhr losgehen Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die hier waren Natürlich bei Mr. Yasin, dass wir hier in diesen Räumlichkeiten sein durften Vielen, vielen lieben Dank Und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal Vielen Dank Applaus Vielen Dank 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 Vielen Dank